Wenn du häufig ChatGPT nutzt, dann kennst du das, links sammeln sich immer mehr Chats an in dieser Leiste, das wird sehr unübersichtlich, leider gibt es keine Suchfunktion, zumindest standardmäßig nicht und oft geht man dann her und löscht einfach Chats, die man wahrscheinlich nicht mehr braucht, aber manchmal löscht man vielleicht auch Chats, wo man doch nochmal gerne gehabt hätte in der Zukunft. Und jetzt gibt es eine brandneue Funktion bei ChatGPT, denn wir können jetzt Chats auch archivieren und bei Bedarf wiederherstellen und das gucken wir uns jetzt mal nach dem Intro an. Okay, wir gehen einfach direkt wieder auf meinen Bildschirm, ich habe hier ChatGPT mal geöffnet und hier links sehen wir einige Chats, ich habe da also schon aufgeräumt bei mir, ich kann das auch mal hier ein bisschen zusammenklappen, dann sehen wir noch mehr. Was ich mir schon angewöhnt habe, ich habe hier oft mit solchen grünen Sternchen gearbeitet, um Chats zu markieren, die ich schnell wiederfinden will, aber da haben sich mit der Zeit natürlich auch immer mehr angesammelt. Und um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, geht man natürlich her und löscht oft Chats, die man vermeintlich nicht mehr braucht, aber jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit und zwar, wenn ich jetzt einen Chat hier auswähle, ich nehme jetzt mal irgendeinen hier, den brauche ich eigentlich nicht mehr, kann ich auf die drei Punkte hier klicken und finde jetzt hier neu diesen Punkt Archive Chat, also Chat archivieren. Wenn ich das anklicke, verschwindet der jetzt hier. Beim ersten Mal taucht, glaube ich, auch ein kleiner Hinweis hier auf, wenn man das Feature das erste Mal nutzt, wenn ich mich recht erinnere. Bloß, wo finde ich jetzt die Chats? Das ist tatsächlich nicht hier in der Seitenleiste zu finden, das ist ein bisschen blöd, finde ich, aber ich kann hier über meine Settings gehen und finde hier bei General Archived Chats. Und wenn ich hier auf Manage gehe, da sehe ich dann alle meine archivierten Chats und kann die ja entweder endgültig löschen oder eben wieder herstellen. Klicke das also an und dann taucht das hier drüben wieder auf, kann das dann wieder schließen und kann hier wieder in meinen Chat reingehen. Ich finde, das ist eine ganz coole Funktion. Ich habe oft den Fall gehabt, dass ich eben Chats gelöscht habe, weil mir das einfach mit der Zeit so unübersichtlich wurde. Und viele Sachen habe ich mir dann trotzdem zum Beispiel in Evernote rauskopiert, weil ich dachte, vielleicht kann ich es doch mal brauchen. Jetzt haben wir eine schöne Möglichkeit, direkt in Chat GPT eben auch Sachen zu archivieren, die wir vielleicht irgendwann wieder brauchen. Coole neue Funktion, wollte ich einfach mal kurz in diesem Video zeigen. Ja, das war es auch schon. Wenn es dir gefallen hat, das Video, Daumen hoch, Kanal abonnieren und so weiter. Da würde ich mich sehr freuen. Damit verpasst du auch keine Videos in der Zukunft. In diesem Sinn, wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann.